Der Prozess des Jahrhunderts geht dem Ende entgegen. Die acht Richter haben den Zeitplan für den Abschluss des Verfahrens festgelegt. Die Anklage hatte vom 20. November 1945 bis 7. März 1946 nachgewiesen, dass alle 21 Angeklagten sowie Martin Bormann und die sechs Organisationen gemäß der Londoner Charta in vier Punkten schuldig sind. Fast 2500 Dokumente und eidesstattliche Erklärungen, 33 Berichte von Augenzeugen aus den von Deutschland besetzten Ländern, Zeugen von den Verbrechen. Die Verteidigung, die vom 8. März bis 30. Juni 1946 61 Zeugen benannte, fast ausnahmslos Untergebene oder Freunde der Angeklagten, versuchte Teile der Anklage, vor allem Punkt 1 und 2, Angriffskrieg, Verschwörung, die Schuld am Ausbruch des Krieges, zu widerlegen. Das Gericht hatte entschieden, dass der Friedensvertrag von Versailles nicht zur Rechtfertigung in den Plädoyers erwähnt werden durfte. Ebenso wenig das geheime Zusatzprotokoll des Hitler-Stalin-Paktes durch den Einspruch des russischen Hauptanklägers Rodenko. Die Ermordung von 11.000 polnischen Offizieren im Wald von Katyn wurde erst Anfang Juli behandelt. Die Sowjetunion hatte darauf gestanden, den Kalkutum in die Anklage mit einzubeziehen. Das Gericht hatte dem mit Zurückhaltung zugestimmt und zur Auflage gemacht, dass nur je drei Zeugen zu waffen sollten. Der russische Ankläger Sklunov fragte Thomas Ahrens, warum erst im März 1943 mit der Ausgrabung der Massengräber begonnen wurde, obwohl sie schon 1941 von der Wehrmacht entdeckt worden waren. Ich sagte schon, dass die Erzählungen sich im Laufe des Jahres 1942 verdichteten. Ich hörte öfter davon und sprach daraufhin den Oberst von Gerstorf, Heinz C., der Heeresgruppe Mitte an, der mir andeutete, dass er darüber Bescheid wisse. Und damit war meine Pflicht erledigt. Die Aussagen der zwei weiteren deutschen Zeugen sind nicht erhalten geblieben. Dafür aber die Aussage des Bürgermeisters von Smolensk. Ich wurde darauf hingewiesen, dass man nicht nach ein paar Tagen in die Kommandatur rufen wird. Am 25. Juli erschien bei mir in der Wohnung ein mir unbekannter Mann in Zivilkleidung in Begleitung eines deutschen Gendarmen, der sich als Rechtsanwalt Mentschagin aus Smolensk vorstellte. Und erklärte, dass er im Auftrag der deutschen Kommandantur zu mir käme. Und dass ich mit ihm sofort zur Kommandantur kommen solle, die damals schon eine ständige war. Der russische Ankläger fragt nach dem Lager für Kriegsgefangene bei Smolensk. Angesichts des Umstandes, dass im Lager für russische Kriegsgefangene, das unter dem Namen Dulag 126 bekannt war, ein sehr strenges Regime herrschte, bei welchem täglich hunderte von Kriegsgefangenen starben, bemühte ich mich, alle diejenigen, zu denen man einen Grund zur Befreiung finden konnte, aus diesem Lager zu befreien. Die Ankläger, amerikanische Pressevertreter und eine Delegation amerikanischer Senatoren verfolgen den Prozess. Eine neue 35mm Tonbildkamera macht es jetzt möglich, Aufnahmen von den Anklägern und Verteidigern von vorn zu machen. Vor allen Dingen die russischen Kameraleute nutzen diese Gelegenheit, im Gerichtssaal zu filmen, unter der Leitung des berühmten Regisseurs Roman Karmen. Der Ton der ganzen Verhandlung, auch die Übersetzungen in allen vier Sprachen werden aufgezeichnet. Mehr und mehr Deutsche erhalten die Erlaubnis, an dem Prozess teilzunehmen, Beamte, Lehrer, Politiker, um von der Fairness des Verfahrens überzeugt zu werden. Auch amerikanische Regierungsvertreter, Mitglieder des Kongresses und Industrielle verfolgen aufmerksam das Verfahren. Die deutschen und russischen Stenotypistinnen benutzen noch immer keine Maschinen, im Gegensatz zu den Amerikanern, Engländern und Franzosen. Viele Ankläger haben Nürnberg verlassen, wie der englische und der französische Hauptankläger und der stellvertretende Ankläger Story. Die Bänke der Anwälte sind nur spärlich besetzt. Sie müssen sich auf ihre Schlussplädoyers vorbereiten. Auch die Angeklagten erhalten jetzt öfter die Erlaubnis, am Prozess nicht teilzunehmen. Göring, der bei seiner eigenen Verteidigung hellwach war, zeigt an anderen Verfahren kaum Interesse. Auch die Zeugen der Verteidigung, wie Gisewius, werden nicht von der Militärpolizei begleitet. Statt zwei Polizisten begleitet nur einer die Angeklagten zum Zeugenstand. Nur die Richter betreten zweimal täglich den Gerichtssaal. Die Anwesenden müssen sich erheben und, soweit bekannt, hat keiner der acht Richter durch Krankheit einen Verhandlungstag versäumt. Die Plädoyers der Anwälte beginnen am 3. Juli. Das Grundsatzplädoyer hält Professor Jarreis, das viel Beachtung findet und diskutiert wird. Genauso wie die von zwei weiteren Professoren Exner und Kraus, drei Rechtsgelehrte der Universitäten von München, Köln und Göttingen. Viel Aufsehen findet auch die Verteidigung für Hess und Frank von Anwalt Seidel und die Verteidigung für Schacht von Dr. Dix sowie das Plädoyer von Korvettenkapitän Kranzbühler für Großadmiral Dönitz. Dr. Kubaschok verteidigt von Papen und das Reichskabinett. Leider ist das Plädoyer von Dr. Stahmer für Hermann Göring nicht erhalten geblieben, aber dafür das von fünf weiteren Anwälten. Wie das von Dr. Horn für von Ribbentrop. Herr von Ribbentrop und mancher der anderen Angeklagten besaßen ohne Zweifel bedeutende Macht in ihrer eigenen, mittler-nicht-interessierenden Sphäre. Eine Teilnahme an den großen Entscheidungen über Krieg und Frieden, Waffenstillstand, Friedensangebote und so weiter war ihnen völlig versagt. Die Stellung des Außenministers wie Herr von Ribbentrop sie bekleidete, konnte kein selbstständiger Kopf gebraucht werden. Herr von Ribbentrop hat dies, wie der Staatssekretär Steenkracht hier bekundet hat, auch empfunden. Er hat sich dahingehend geäußert, dass Hitler höchstens einen außenpolitischen Sekretär, aber keinen Außenminister gebrauchen könne. Die Schlüsseldokumente und die Zeugenaussagen zeigen nur Monologe Hitlers vor einem wachsenden Personenkreis. Alles, was den Anschein einer Beratung hat, ist in Wahrheit Befehlsempfang. Aufgrund der Beweisaufnahme steht fest, dass Einflussungsversuche bei Hitler höchstens zu nicht vorausberechtbaren Reaktionen führten. Das Oberkommandos der Wehrmacht und aller staatlichen... Der Anwalt von Keitel erinnert an das Pflichtbewusstsein seines Mandanten. Die fünfmaligen Versuche, aus seiner Stellung auszuscheiden und der Entschluss, seinem Leben ein Ende zu machen, der von Generaloberst Jodl bezeugt wurde, geben Ihnen die Möglichkeit, den ernsten Willen Keitel zu unterstellen. Wenn er nicht zur Tat wurde, so liegt das an den Umständen, die ich schon dargelegt habe, die unbedingte und, wie Keitel sagt, unabdingbare Pflicht des Soldaten, seinem Fahneide getreu, gehorsam bis zum bitteren Ende seine Pflicht zu tun. Der Anwalt von Streicher, Dr. Maas. Wäre der angeklagte Streicher tatsächlich der Mann gewesen, für den ihn die Anklage hält, so hätte sein Einfluss und seine Tätigkeit automatisch mit der Verschärfung des anti-jüdischen Kampfes wachsen müssen. Am Ende hätte nicht, wie es tatsächlich der Fall war, politische Einflusslosigkeit und Verbannung stehen müssen, sondern Beauftragung mit der Durchführung der Vernichtung des Judentums. Durch seine jahrelange schriftstellerische Tätigkeit, die bis zum Überdruss das gleiche Thema in manchmal plumper, derber und scharfer Form behandelte, hat sich der angeklagte Streicher, das soll nicht geleugnet werden, die Feindschaft der Weltöffentlichkeit zugezogen. Er hat hierdurch eine Stimmung gegen sich erzeugt, aus der heraus seine Bedeutung und sein Einfluss weit über das wirkliche Maß hinaus überschätzt wurde und die jetzt für ihn die Gefahr bedeutet, dass auch seine Verantwortlichkeit in gleicher Weise verkannt wird. Der Verteidiger, der in diesem Falle vor einer undankbaren und schweren Aufgabe stand, musste sich darauf beschränken, die Gesichtspunkte und Tatsachen aufzuzeichnen, welche die Bedeutung dieses Mannes und die Rolle, die er in der Tragödie des Nationalsozialismus gespielt hat, in ihrem wahren Umfang erkennen lassen. Der Anwalt von Reda, Dr. Siemers, erinnert daran, dass es nur wenige schriftliche Aufzeichnungen von Hitler gibt. Zweifellos sind diese Schlüsseldokumente äußerst wichtig für die nachträgliche geschichtliche Feststellung, welche Gedankengänge Hitler geleitet hat. Und zwar deshalb, weil es Meinungsäußerungen Hitlers sind und es sonst, trotz des gewaltigen Umfangs des erbeuteten Dokumentenmaterials, fast keine schriftlichen Aufzeichnungen Hitlers gibt. Dem Korvettenkapitän Kranzbühler ist es gelungen, eine eidesstattliche Erklärung des amerikanischen Admiral Nimitz zu erhalten. Diese bestätigt, dass die amerikanische Marine im Kriege so wie die deutsche gehandelt hätte. Dieses Dokument und das Plädoyer von Kranzbühler führten dazu, dass Dönitz nicht zum Tode verurteilt wird. Der Anwalt von Schirach, Dr. Sauter, erläutert die drei Aufgabengebiete seines Mandanten. Als Reichsstadthalter und Reichsverteidigungskommissar war er Chef der gesamten staatlichen Verwaltung. Als Oberbürgermeister war er das Oberhaupt der gemeindlichen Verwaltung. Und als Gauleiter von Wien war er die Spitze des dortigen Parteiapparates. Es liegt nun auf der Hand, dass Schirach diese drei Aufgaben nicht alle selbst erledigen konnte. Zumal er 1940 aus einem ganz anderen Aufgabengereich gekommen war und sich in die staatliche wie in die gemeindliche Verwaltung erst einzuarbeiten hatte. Er hatte deshalb für jede seiner drei Aufgaben einen ständigen Vertreter. Auf Wiedersehen.